stimmt ja die dynamitstangen für ich generell ganz geil gerade ich glaube die brauchst du auch das ist so wie wenn er battlefield zockt und du musst immer granaten werfen adus steil dämpfer wieder du hast ihn gerade ich wollte gerade abdrücken da warst du schon schneller ja das so gut für munitionsverschwendung aber es gibt punkte ja ich meine jetzt können wir das ja auch machen noch mal so gucken dass wir jetzt gibt es ja nur einen entgegner ich meine einen wo ist es man vielleicht kriegst du mehr oder ist dieser nein er hat uns gesehen der fette oder der teufel danke bitte ich dachte schon scheiße hoffentlich treffe immer wieder stundenlang nachlagen hier könnte wieder wasser teufel sein noch sehe ich kann ja manchmal hat man das gefühl man steht auf der stelle wenn man hier läuft wir warten durch ein meer von blut gibt uns dafür kraft und mut genau die nomine patres et fili et spiritus sancti amen oh sehr schön weißt du bescheid die geistig geistig heiligen hier die heilig geistigen aber wie auch immer genau hier kann man ja gar nicht rüber auch das war ziemlich nah hier in zwei sogar noch einmal hier ach so der geht noch da ist schon mal einer warte ich messer den mal hat er sich erwischt ja aber nur so leicht so wollen wir nachladen hier so hier war es muss ja hier in der nähe sein irgendwie das nächste rätsel oder ja das gewitter sind wieder in der nähe und das könnte sein ich weiß immer noch nicht was es bedeutet oder ob es das bedeutet bis jetzt haben wir immer wenn es gewittert hat eingesehen so hinweis aufgedeckt mal gut die ist weg so was sagt die karte oh wir sind ja schon da das muss hier drin sein irgendwo hier genau jetzt wir laufen glaube ich genau richtig sehr gut aber man hört die anderen gar nicht so viel ball an das ist auch nicht so gut ich sag's ja wer weiß was die die ganze zeit machen die warten bestimmt jetzt da hinten und damit sie uns dann wieder meucheln können auch ja ja ich ja ich 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 und im keller kann das sein das kann sein die waren aber nah dran oder sollen wir draußen warten und die abfangen ja auf jeden fall warte mal dann will ich nur mal kurz die munitionskiste nehmen das wäre mal gar nicht so verkehrt die oker wie laufen naja ja war das eigentlich unten sein und ich weiß nicht wo es hier runter geht wie geht es nur raus vielleicht ist es doch nicht hier drin komisch komisch hier ist das ok hier wieder in diesem komischen dinge so eine art krematorium ja wo ist sie? muss ja oben am dach sein oder so ich habe sie abgeknallt jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie den eingang finden das ist merkwürdig das hatten wir da auch schon mal das war irgendwo im Keller waren ja aber ich weiß nicht wie man da hinkommt ganz ehrlich hier ja ich habe es ok super oh das war ziemlich nah schüsse oder was? ja dann werden die uns bestimmt hier angreifen während wir am machen sind könnten ja auch hier in der ecke warten bis sie kommen natürlich auch eine möglichkeit na da ist er warte mal ist er da? ja ja hier drinnen da links na gut dann komm ich auch rein was solls ah Mensch verpiss dich lass mich weg hier ah der schlechte hat mich getötet ja das war Mist der hat dich da voll in die Wand gebracht ja ich komme da nie mehr weg oh lauf oh jetzt hat er mich angezündet ja der Drecksack oh Gott ich kann dich gar nicht wiederbeleben jetzt ne macht nichts mach den erstmal nieder das wird ja was ja verträgt aber einen ordentlichen Bums oh das war plötzlich direkt